Ich bin hier mit meinem Hund in der Natur unterwegs. Plötzlich sehe ich vor uns so ein schwarzer, herrenloser Hund völlig alleine. Okay, vielleicht ein Tutnix, der wirklich nix tut. Der hat doch erst eine vernünftige Körperspannung, weil es nicht sonderlich bedrohlich ist. Hab so kurz überlegt, wie händle ich das jetzt am besten? Ruf meinen Hund ran und will dem erklären, dass wir jetzt einfach ganz entschieden in die andere Richtung gehen, weil wir keine Lust auf irgendwelche Experimente mit diesem Tier haben. Guckst du aus dem Augenwinkel und stellt uns immer noch nach und würde schneller. Hol meinen Hund also zu mir ran. Sicher den, indem ich ihn ganz kurz nehme. Der andere Hund tänzelt so ein bisschen um uns rum. Die Rute war erst in Rückenverlängerung, also Boden parallel, alles gut. Guck dir was an. Auf einmal geht das Ding so nach oben und ich dachte mir, fuck, okay, jetzt knallt es gleich. Ich nehme mir so eine richtig dicke Handvoll Futterbrocken und schmeiße den Hund ins Gesicht. Der Hund kriegt das Futter auf den Kopf, so dumm. Er ist kurz verwirrt. Die Rute geht schlagartig runter, guckt kurzes Futter und hat gar nicht verstanden, dass es Futter war, das ich auf ihn geworfen habe. Zweite Runde. Ich habe nochmal zu Futter gegriffen. Da habe ich ihm nochmal eine volle Ladung vor die Möhre geknallt. Und auf einmal checkte er so, oh, das ist ja Futter, das kann man essen. Ich stolziere von dannen, sonst hat er sich funktioniert. Immerhin ist nichts passiert. Er hätte auch eine Beißerei werden können. Weißer ja nicht, was da für ein Viech ankommt, ne?